hallo und herzlich willkommen liebe gamingfreunde hier ist wieder mit einem weiteren video zu the first descendant und es geht um zubehör für crafting und zwar um den fortschrittlichen neural schaltkreis unter anderem gebraucht für den kristallisierungs katalysator der entschuldigung das ist wenn man hier live rum steht geht ja gar nicht hier das pack okay also ihr habt es gehört worum es geht um das zubehör für den kristallisierungs generator wir sind hier auf der karte ich gehe mal ein wenig heraus denke ich meine das hilft auf alle fälle und zwar schlucht der weißen nächte schlucht der weißen nächte ist unser ziel und hier gibt es die mission hof der festung hier ist ein schnell reisepunkt oder wenn er kommt von da auch von hier aus das einfach sinnvoller hier zum hof der festung hin hier legen wir einen boss um und als belohnung gibt es unser lud das heißt ihr könnt hier vorne alles ignorieren wenn ihr lustig seid rennt direkt hin zum da oben ist unser elite so da haben wir drei stück und mission abbrechen bestätigen mission gestaltet dann gehen wir einmal wieder zurück da müssen wir jetzt hier können wir nicht großartig durch die gegend pforten macht das auch auf normal ihr könnt auch hier die leute weg machen wie er lustig seit je nachdem ob euch das großartig ip bringt müsst ihr wissen fertig abbrechen also wirklich hier in paar sekunden gemacht in paar sekunden gemacht ganz easy peasy habt ihr hier das zeug zusammen gefahren das war es kurz quick und dirty ich hoffe es hat geholfen ich hoffe es hat gefallen wenn ihm so war denkt an den daumen nach oben abonniert den kanal falls noch nicht geschehen verpasst hier weiter kein neues video ich danke euch und sage bis zum nächsten mal so long goodbye keep gaming euer goodie